Herzlich Willkommen zu einem neuen Video mit Broker IQ Option. Ich handle 60 Sekunden und mein Start-Trade beträgt hier 1.000 US-Dollar. Als nächstes suche ich meinen passenden Trade nach meinen Einstiegskriterien im Metatrader 5 unter Berücksichtigung der Tages-News und meiner Indikatoren im MT5. Outcut sieht gut aus, hier steige ich ein, gleich noch mal. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.